ja und damit sage ich wieder hallo und willkommen zurück bei einer weiteren folge force of nature es ist wieder hell und wir haben wieder genügend energie und wir brauchen noch jede menge fälle ich denke aber dass wir auf jeden fall in der zwischenzeit zwischendurch und stopp machen werden in der basis verdammt das war knapp weil wir mit den vier gruppen wahrscheinlich nicht so weit kommen werden die man haben da müssen wir dann vielleicht auch mal zwischendurch einen apfelkuchen oder sowas zu laden und dann können wir auch zwischendrin wieder ein bisserl unsere beute gegenstände ablegen ja bis hierhin läuft es ja schon mal ganz gut da haben wir noch ein füchslein erst mal die richtigen stufe ich soll mal kurz die munition und dann kommen die denn auf einmal her und dann kommen die denn auf einmal her da hinten hängt ein schwein fest das schneiden wir uns und wo war das zweite da haben wir doch alle erwischt immerhin schon 42 es geht ja doch nicht ganz so schnell wie ich gerucht habe aber schneller als ich gedacht habe ich glaube das ist der fleck wo seinerzeit die erste scherbe war dass hier gar so voll ist das könnte aber mit ein bisserl glück bedeuten das wir halbwegs in der nähe druck von 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 unserer plattform sind Da könnten wir dann mal kurz einen Trip nach Hause starten. Kommt schon, ich würde euch jetzt gern so ein bisschen einzeln haben. Einzeln? Welchen Teil von einzeln habt ihr nicht verstanden? Ja. Lachen Uuuuuhh! Uuuuuhh, muss schon der Mütter irgendwie durchkommen. Das sollte man doch einigermaßen... Ja, so ein bisschen in die Richtung. Und dann müssen wir da hinten irgendwo bei unserem Portal rauskommen. Und dann gehen wir doch erst einmal zurück nach Hause und leeren unsere Toschnas. Schauen wir mal, was wir schon alles bei einem da haben. Wir haben auf jeden Fall Seil produziert. Und haben damit 170. Mal kurz auf meinen schlauen Zettel spicken. Wir brauchen 190, da müssen wir jetzt noch ein bisschen was machen. Pfeil haben wir 77. Da brauchen wir um die 175. Da müssen wir an, ob es was machen. Aber jetzt schauen wir erst einmal, was wir hier tun können, solange wir da sind. Da haben wir auf jeden Fall Steimpilz, Träubling, Fliegenpilz und Pantherpilz. Wir haben hier auf alle Fälle auch noch Kokosnüsse, die hier rumliegen. Banane. Banane. Kann weg. Dann haben wir hier... Ja, das war nicht. Da haben wir die ganzen Knochen und Fanzine und Krams drin. Eigentlich auch viel mehr, da ist auch noch die Milch, deswegen tun wir da jetzt das Fleisch dazu. Ich hoffe, dass wir es dann nachher alles wieder so finden. Jetzt nicht besonders systematisch. Ich werde auf jeden Fall hier das Wasser nochmal aufnehmen. Dann ernten wir hier mal ab. Pflanzen wir das Ganze nochmal voll. Dann schauen wir gleich mal nach unseren Schafen. Und produzieren weiter Wolle. Da fehlt uns gar nicht mehr so viel. Ähm, genau. Dann schauen wir jetzt hier erst einmal wegen dem Beten. Wir können noch 60 Bretter und 90 Erde. Und für das Große brauchen wir 25 Bretter und 30. Also brauchen wir 85 Bretter und 120 Erde. Das sollte man noch hinkriegen. Die Bretter, glaube ich, haben wir hier schon rumliegen. Und für die Erde. Das muss mir nur noch einfallen, wo ich hier mein Schäufe hier innen kriegt habe. Und dann machen wir jetzt hier mal einen auf Torfstiche. So, mal schauen wir mal wie weit das wir kommen. Bis die Ausdauer leer ist. Bis die Ausdauer leer ist. – So, wir schauen inzwischen, Fazit ist ungefähr die Hälfte, ziehen wir jetzt einfach durch bis die Astar soweit abgebraucht ist So, das war's erstmal mit unserer Koalition Dann stellen wir uns hier einmal ein großes Beet hin Gut, dann können wir erst einmal noch drei kleine Beet Weiter kommen wir fürs erste Licht Aber wir können hier wieder Hohle füllen nehmen Und wir können unsere Schafe wieder füllen Damit haben wir dann eigentlich eh schon fast die ganze Wäule zusammen, die wir brauchen Dann ist der Apfelpuppen fertig Den halten wir gleich mal in Metall für unsere Jagdrunde nachher Obwohl, er hat den aufgeschrieben, glaube ich 105 Das ist ja schon mal gar nicht so parkiert So, wir machen einfach schon wieder die Hälfte aus So, wir machen einfach schon wieder die Hälfte aus So, dann pflanzen wir hier nochmal für die Lichter ablos Dann schauen wir nochmal nach unserer nächsten Wäule Dann schauen wir nochmal nach unserer nächsten Wäule Das zieht dann gleich nochmal an Und schnappen uns dann hier erst einmal die Hälfte aus Ja, so weit weg Dann können wir nämlich schon mal ein bisschen vorproduzieren Wir brauchen Sackleinen Das war aber nicht ganz so viel Das waren 5 Stück Das machen wir jetzt hier, solange wir noch in der Nähe sind Und den Stoff machen wir dann später, wenn wir wieder auf unsere nächste Jagdrunde gehen Dann können die ja nämlich fertig werden, solange wir uns nicht in der Nähe aufhalten So, und die Ausdauer ist aber wieder voll Dann schauen wir nochmal 3, glaube ich, können wir noch bauen Dann brauchen wir 45 Erde Das schaffen wir uns jetzt noch schnell zusammen So Irgendwann muss ich einmal schauen, dass ich noch ein paar Kisten baue Und das hier alles ein bisschen aufgeräumter Gestalte Das ist momentan noch suboptimal Gefällt mir noch gar nicht So, wie viel haben wir? So, witzig Knapp verzählt, aber was soll's Dann schmeißt wir uns den Schafel erstmal wieder hier hin Und bauen uns mal noch Die 3 Beete Die wir noch können Und dann ist erst einmal Schluss Ich schau jetzt mal eigentlich hier alles mit dem Gebäude Was ist denn momentan das Größte, was wir bauen können? Der Schubbohr Ich frage, ob sich das lohnt Was wir vielleicht auf jeden Fall noch bauen sollten Wer ist Bienenhaus? Dazu brauchen wir noch ein paar Bretter 23, um genau zu sein Ein paar Nägel Okay, das kriegen wir hinten Wir nehmen jetzt da schon einmal die Nägel raus Und wir können, glaube ich, aus den Kupfer bauen Und dann machen wir einfach noch die Münzen rein So, dann schauen wir, was wir hier noch rumliegen haben Kohle, Kohle Oh, hier haben wir gar nichts mehr Ähm Ähm Und siebte Kupfer bauen aus Münzen 7 Und dann anders kann man Nägel machen Und zwar ziehen Nägel aus einem Kupfer bauen Also machen wir auf jeden Fall einmal Beide Warte 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 Okay, den Rest bringen wir erstmal zurück Okay, den Rest bringen wir erstmal zurück Dann schauen wir, was brauchen wir noch für das Bienenhaus Pfeilchen oder Tensien Pfeilchen oder Tensien P-Pretter P-Pretter können wir auch einen Aufdruck geben P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Einmal die Fällchen. Und ich muss mal noch schnell eine Wasser holen. Das war am besten aus der Küche. Oh, ich muss leer. Damit haben wir mich dann schon mal wieder. Ja, und das soll es dann auch jetzt für das erste gewesen sein. Bis der ganze Kram fertig ist. Damit wir dann alles bauen können. Da warten wir jetzt einfach im Ruf. Und in der nächsten Folge geht es dann an unser Bauvorhaben. Bis dahin sage ich Ihnen danke fürs Zuschauen. Und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.